Mein Sohn ist ein Krieger, ist mit Radovig losgezogen, um die Schwarzen zu verdreschen. Ich habe die meisten! Möge das ewige Glühen dich leiten. Schenzi die Ballade von Wanda, die einen hilft. Schenzi die Ballade von Wanda. Wunderschöne Ballade von Wanda Er kommt, wer hat es in der Schatten, wenn es in das nächste Mal geht. Dann bin ich noch von Wanda. Ich hatte zum Wanda. Der Bauer ist im Laden. Wenn ihr in die Sportschraube kommt, ist ein Spiel der många Freunden. Wo ist die die Bauer mit dem Sprechen? Hm. Ja, das ist gut. Ja, verdammt hart. Los, los! Ah! Los, los! Sein Gesicht macht mir Angst. Los, los! Los, los! Los, los! Los, los! Los, los! Seltsam, als ob ein Wirbelwind vorbeigefegt ist. Ich sollte den Turm untersuchen. Wasứ? Die Neueu wantinge? Was ist da, als wäre ich? Das ist das Geheimnis wütend. Sie hat diesen Wasser und den ballen gewonnen. Es ist für mich über eine Schraube. Sie hat den Teile gemacht. Die Neueu-W Авde. Sie hat dich für den Sonnen! Sie hat einen Einblick. Sie hat einen Einblick. Sie hat sich am Himmel. Sie hat einen Schraube mit dem K-L Robinson. Sie hat ein Pul Sociales. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 du kannst passieren so Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! 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 Doze! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sei gegrüßt, Meister. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaß nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein. Aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Also? Wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß. Das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Gut verhandelt, Meister. Na schön. Abgemacht. Entspann dich. Ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Wollt ihr Unwesen treiben? Sie sollen Füßdächern Kinder verkaufen. Weiern oder nichts weiern. Das ist hier die... Trinken wir. Es wird schon Abend. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die beste Angebote auf dieser Seite... Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Ist hier entlang. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Und wenn ich einen Hexer als Schuldeneintreiber anheulen würde... Sperrangel weit offen. Interessant. Ein Brief? So was. Unser Kobold ist es lesenskundig, wenn nicht gar gebildet. Eine Frauenbluse. Ein Männerhemd. Kind, Kind, Kinderschuhe. Aber nur ein Bett. Ein Brief? So. Ein Brief? So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Doppler, das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Lavendel, starker Duft, genug, um ihn aufzuspüren. Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Welch Duft. Und da habe ich die Tempelwächter für ungepflegte Wildschweine gehalten. Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf dich ausgeschrieben? Ach, immer die gleiche Scheiße. Hey, warte! Dein Blick sagt mich, Herr Händler. Du würdest doch keinen Heifling schlagen, oder? Willst Du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst Du? Verdammt! Ich sehe alt aus. Ich sehe alt aus. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst Du nicht. Aber wenn ich in Deine Haut schlüpfe, merke ich, was Du für jemand bist. Was Du fühlst. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden. Und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen. Am besten weit weg von Novigrad. Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß. Aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht mir recht. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit weg zu gehen. Aber zuerst, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Geh, Geh, Geh. Musik Es wird regnen. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferde mähen, verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine, sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Deine Schiere hat mir ein... Deine Schiere hat mir das Leben gefeiert. Mach auf mich zu fallen. Ach, senk schon den Kreis. Deine Farge war das Leben gefeiert. Der innerhalb von Hastaland ist, wie es die Macht verletz ét schmeckt. Wir machen die Flur, die Flur zu weitlichen festigen. Frage auch, wie es die Flur. Getter verdammtes Wetter.